Halleche liebe Leute, hier haben wir den Himmel gerade gefunden, mitten in GTA und jetzt der Blau. Gucken wir mal, ob wir den hier halten können. Der Gauss, sagt raus. Kann ich den ansprechen? Oh. Kann man irgendwas mit dem machen? Oh, ich will ihn gar nicht töten. Achso, ich hab Geld geklaut. Achso. Und da vorne ist die Frau wahrscheinlich, der ich das Ganze jetzt am besten bringen sollte. Ich hab Geld. Ist das die Wahrheit? Aber Frau, ich habe alles getan, was ich kann. Aber du kennst mich, wie die Mannschaft? Warte mal. Oh, Frau. Oh, wie viel weiter? Wir haben noch nicht fünf Meter. Ich weiß, ich sage nur. Das ist spirit-walking. Es exercise body and soul. Es ist all die Rage. Wir sind Frauen und wir sind frei. Frei in der Menschlichkeit! Wir sind Frauen! 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 F ist das Ihr Aint? Ja, Gott Gott, ich habe sie verrückt. Sie ist spirit-walking das jetzt. Das ist nur ihre Attempts. Hey, hey, hey! Nicht sprechen über deine, Ainti. Ich meine, sie ist cool als ein Mord. Komm! Woher? Wir müssen schlafen von neben den Orten. Wir können zusammenleben und sprechen. Warum? Wir dürfen nicht ziehen! Um den Block mit Chop? Du musst mit deinem Hause gehen. Ja, du schlauere lontgeisterin. So, also haben wir hier wahrscheinlich jetzt den Job. Das ist mal schön. Okay. Ich fahr, okay. Hey, ich mag dein Hund zu Hause. So. Warte, wirklich der Hund riecht. Ist ja geil gemacht. So. 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 De. To. Frau Schott So. So. have ... Yes man. Warren. As there. So. So. Oh, so was's up now, nigga? You snitching or something, nigga? Oh, shit! Fuck you, nigga! I'm mine, man! Fuck you, man! Come on, let's go! Das war super. Schieß der wenigstens auch. Ich hoffe mal. Oh, ne, ich will nicht Musik umschalten. Nein, was mach ich denn eigentlich? Da. Da. Och, ne. Muss sowas sein. Ich kann nicht mal gucken, was ich drücken muss, um die Spezialfähigkeit zu aktivieren. So. Hey, Apache Blood, you're gonna be able to trace this nigga if he goes to the ground. I know your ancestors taught you them Buffalo-Tracking-Skills. Was soll ich hier mit dem machen? Und umfahren? Und ihn einfach verfolgen? Und wir verfolgen uns einfach mal. Ich hoffe, das stimmt auch. Und umfahren. Und umfahren? Und umfahren? Neeiiine. So. Wo ist er? Was ist der von zugestiegen oder was? Ich hoffe nicht. Nein, hüpft da drüber. Komm schon. Ich weiß nicht, soll ich ihn erschießen oder soll ich ihn nicht erschießen? Ich sollte ihn nicht erschießen. Nein. Ja gut, dann müssen wir es nochmal machen. Oh man, von wo? Bitte nicht von ganz vorne. Ah ok, das geht. Einfach nur verfolgen. Ok, ich habe es nicht gelesen, was ich alles machen muss. Mensch, LKW. Äh LKW. Ich habe auch immer einen LKW. Bus. So. Jetzt steht hinterher, wenn ich ihn nicht erschießen soll. Mann. Ja, das ist nicht los mache. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Das ist etwas gekämpft. Ich mache es nicht. Jetzt ist es vorbei bei dem Hinterherren. Aber ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Eigentlich ist es heute. hilf wie sie wie sie die gesundheit für die neuen auch näher Kommt, Junge, find' den Fynn! Hä? Ey, der muss doch da auf dem Zug! Ja, wo ist er denn? Was kann ich denn machen? Ah! Oh, wo ist er jetzt? Muss ich jetzt hier warten, okay? Bist ein schafer Hundeshundschop? Bist ein schafer Hundeshundschop? Bist ein schafer Hundeshundschop? Bist ein schafer Hundeshundschop? Da haben wir da hinzu, Schop? Let's go! Da haben wir da hinzu, Schop? Wo ist das Gelbe da hinten? Dann muss ich jetzt immer noch da bleiben bei dem, meinem Hund Äh, nee Okay Wie kann ich Schopz zurückrufen? Mann, du musst das machen! Pfff! Ey! Mann, das ist ein Mensch, Schop! Geh raus, Schop! Du schafer Hundeshundschop! Zieh den Hund weg! Zieh den Hund weg! Pfff! Pfff! Ja, das ist ein Mensch, Schop! Das ist ein Mensch, Schop! Pfff! 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 Ja! Pfff! 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 Ey, Lemar & Davis, das ist du, inbox? gosta £%$$! Pfff! Pfl. Pfff! Schop ct! Pfff! Okay, und jetzt wo hin? So, ich hoffe, da haben wir es gleich geschafft. Ich weiß, ich kann nie viel dazu sagen, zu bitte. Ich weiß es nicht, die sprechen dazu viel. Jetzt schon wieder die ganze Zeit, lass ich lieber reden. Ich glaube, das bedeutet, wir müssen deinen Schein schießen, wenn wir unsere 40 Stacks aufnehmen. Du nimmst einen Schein, die Fans sind auf dich, bevor du nicht mehr bewegen kannst, n***a. Schau mal, Mann. Sei ruhig, ich muss einen Telefon machen. Wir haben einen. Du kalt sie auf dem Telefon, du dumm. Wir wollen 40.000, jetzt paye mir oder paye die Funeraldirektion. Wir wollen 40.000, jetzt paye mir oder paye die Funeraldirektion. Was? 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 Wir haben den jetzt einfach mal rausgeschmissen, die Behindertenwarn, das ist jetzt eigentlich voll für den Arsch. Was? 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 Was?